Herzlich willkommen zu diesem ersten Video in einer neuen Reihe, in der es um Programmierung von speicherprogrammierbaren Steuerungen oder auch kurz SPSen geht. Bei einer SPS denkt man üblicherweise immer zuerst an eine eigenständige Hardware, also an eine sogenannte Hard-SPS. Das ist im Grunde ein Computer mit Prozessor, Speicher und allem was sonst noch dazu gehört, der also zur Automatisierung von Anlagen und Maschinen eingesetzt wird und der, das ist jetzt ganz wichtig, Echtzeitverhalten hat. Einfach ausgedrückt heißt dieses Echtzeitverhalten, dass die Dauer, die das System braucht, um eine Antwort auf die Eingaben zu liefern, durch eine obere Schranke begrenzt ist. Und diese obere Schranke muss eben garantiert sein. Machen wir das einmal an einem Beispiel klar. Stellen wir uns dazu vor, dass über ein Laufband Pakete transportiert werden und an einer bestimmten Stelle sollen Pakete, die ein Gewicht von, sagen wir, einem Kilogramm überschreiten, durch eine Weiche aussortiert werden. Dann muss vorher ja mit einer Waage das Gewicht des Pakets, das hier ankommt, erfasst werden. Und das wäre eine Eingabe in das System. Dann wird an der Weiche mit einer Lichtschranke detektiert, dass dieses Paket nun an der Stelle angekommen ist, wo es aussortiert werden soll. Und dieses Signal der Lichtschranke wäre also eine zweite Eingabe in die Steuerung. Die Steuerung muss dann also unmittelbar auf dieses Signal der Lichtschranke reagieren und die Weiche umstellen. Und damit das hier eben immer klappt und nicht irgendwelche schweren Pakete an der Weiche vorbeirauschen, muss garantiert sein, dass die Zeit, die vergeht, zwischen dem Erfassen des Pakets an der Lichtschranke und dem Verstellen der Weiche, nicht größer als eine bestimmte vorgegebene Zeit ist. Diese Zeitspanne kann eine Millisekunde sein oder auch eine Sekunde oder auch weniger oder mehr. Wichtig ist nur, dass diese Zeitspanne garantiert eingehalten wird. Und das nennt man dann eben Echtzeitverhalten bzw. Systeme oder Steuerungen, die ein solches Verhalten aufweisen, nennt man echtzeitfähig. So die Arbeitsgeräte, die auf oder auch unter unserem Schreibtisch stehen, also zum Beispiel Laptop oder Tower-PC, sind typischerweise nicht echtzeitfähig. Und das liegt an dem Betriebssystem, das darauf läuft, egal ob Windows, Linux oder macOS. Denn dort laufen nämlich viele Prozesse ab und dann wird mal hier ein Update gemacht oder es erfolgen da irgendwelche Speicherzugriffe und so weiter. Und auch wenn wir auf unseren Geräten echt viele Rechenleistungen haben, ist aber das Betriebssystem einfach nicht darauf eingestellt, auf solche Ereignisse wie das Durchbrechen einer Lichtschranke immer sofort reagieren zu können. Okay, daraus wird also klar, warum man für die Steuerung von Anlagen und Maschinen immer sehr spezielle Geräte, also SPSen, einsetzt. So, wenn das hier aber schon die ganze Story wäre, könnten alle von euch, die jetzt gerade keine Hard-SPS zur Hand hätten, dieses Tutorial sofort ausmachen, weil ihr ja die Ergebnisse der Programmierung sowieso nie testen könntet. Es lohnt sich aber dran zu bleiben, denn neben der klassischen Hard-SPS gibt es auch die Soft-SPS, die auch auf unseren Computern für normale Endanwender laufen kann. So, das heißt, mit ein bisschen Software können wir auch unsere ganz normalen Computer zu einer SPS machen. Soft-SPSen gibt es natürlich nicht nur, damit man hier in YouTube-Tutorials SPS-Programmierung lernen kann, sondern die werden auch industriell auf Industrie-PCs tatsächlich eingesetzt. So, was ist dann jetzt aber mit der Echtzeitfähigkeit? Die ist sogar auch gegeben, denn die Soft-SPS greift direkt auf den Prozessor zu, sozusagen vorbei am Betriebssystem. Die Prozessorleistung wird also zwischen Betriebssystem und Soft-SPS aufgeteilt und das kann man entweder so machen, dass diese Aufteilung immer abwechselnd passiert, sodass für eine gewisse Zeit der Prozessor dem Betriebssystem und für eine weitere Zeit der Soft-SPS zur Verfügung steht. Oder bei Prozessoren mit mehreren Kernen kann man auch einen oder mehrere Kerne der Soft-SPS direkt zuweisen und das sind dann Teile der Prozessorleistung, die dem Betriebssystem dann eben einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. In diesem Tutorial nutze ich also eine Soft-SPS, die sich jeder von euch zunächst einmal frei installieren und nutzen kann und das ist TwinCAD 3 von der Firma Backoff Automation. Die Software kann man hier von der Website vom Unternehmen herunterladen. Dazu geht man auf Download-Finder, dann Software und Tools und der erste Eintrag hier ist TwinCAD 3 XAE. XAE steht also für Extended Automation Engineering und das ist ein Teil der Entwicklungsumgebung, in der man die SPS programmiert. Die eigentliche Soft-SPS ist dann aber die Extended Automation Runtime, also eine Laufzeitumgebung, die aber in diesem Download auch enthalten ist. Das heißt, ihr braucht also nicht mehr als diesen einen Download hier. So, TwinCAD ist keine komplett alleinstehende Entwicklungsumgebung, sondern dieses Tool ist in Visual Studio integriert. Also entweder installiert ihr vorher noch Visual Studio oder es gibt auch die Möglichkeit, dass mit der TwinCAD-Installation eine sogenannte Visual Studio Shell mit installiert wird. Das ist also vereinfacht ausgedrückt das Grundgerüst von Visual Studio, das notwendig ist, damit TwinCAD auch korrekt laufen kann. Auf die Installation von TwinCAD gehe ich hier jetzt nicht weiter ein. Dazu findet ihr aber auf der Website der Firma Beckhoff eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Googelt einfach Installation TwinCAD 3 und dann ist der erste Treffer hier auch gleich schon die richtige Seite. So, nachdem ihr also TwinCAD installiert habt, könnt ihr dann die ersten Schritte in der SPS-Programmierung machen. Öffnet dazu Visual Studio und erstellt dann ein neues Projekt. Je nachdem, was ihr alles in der Visual Studio Umgebung installiert habt, werden euch dann verschiedene mögliche Projekttypen angeboten. Wir wollen hier jetzt ein TwinCAD XAE-Projekt erstellen. Und das finde ich hier in den zuletzt verwendeten Projektvorlagen. Alternativ könnt ihr auch danach suchen. So, diesen Projekttyp wählt ihr also aus und klickt dann auf Weiter. Im nächsten Dialog muss man dann einen Projektnamen festlegen. Hier nennen wir das Projekt mal First Steps in TC. Den Speicherort lasse ich jetzt unverändert und genauso auch den Namen der Projektmappe, die gleich erstellt wird. Die heißt also genauso wie das Projekt. Dann könnt ihr das Projekt erstellen. Das dauert einen kleinen Moment. So, und wenn das Projekt erstellt wurde, sieht man eigentlich noch gar nicht so viel. Das Wichtigste ist hier erstmal der Projektmappenexplorer. Dort findet ihr also das Projekt, in dem es verschiedene Unterordner gibt. In System kann man verschiedene Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel kann man hier die Zykluszeit einstellen. Das ist also der Takt, mit dem unser SPS-Programm später dann immer wieder aufgerufen und abgearbeitet wird. Oder man findet hier auch Infos zu den Lizenzen, die man braucht, um TwinCAD nutzen zu können. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Unter Motion kann man spezielle Projekte für Bewegungssteuerung von Antrieben einrichten. Unter Safety kann man Projekte für sicherheitsgerichtete Steuerungen anlegen und bearbeiten. Da geht es also um Steuerungen, die spezielle Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen. Unter C++ kann man mit Hochsprachen neue eigene Funktionalitäten umsetzen, die eben auch von der SPS abgearbeitet werden können. In einem Analytics-Projekt kann man ganz unterschiedliche Funktionalitäten für eine Datenauswertung erstellen und nutzen. Unter EA findet man dann, wenn man denn an die Steuerung über zusätzliche Baugruppen, Sensoren und Aktoren angeschlossen hat, eben die zugehörigen Signale. So, und einen Punkt habe ich noch nicht genannt, nämlich SPS. Und da kann man also ein Projekt anlegen, in dem man dann die Soft-SPS programmieren kann. Wenn man hier also schon erahnen kann, ist TwinCAD viel mehr als nur eine Umgebung zur Programmierung eines Soft-SPS. Aber das ist nun mal genau das, worum es hier in diesem Tutorial geht. Und deswegen schauen wir hier nun genauer rein. Um ein neues SPS-Projekt hinzuzufügen, kann man mit einem Rechtsklick auf SPS klicken. Und dann öffnet sich hier dieses Menü, in dem man dann auf Neues Element hinzufügen klickt. Und dann werden euch hier zwei Optionen angeboten, nämlich ein leeres und ein Standardprojekt. Ihr solltet hier das Standardprojekt wählen, weil damit nämlich auch gleichzeitig eine Ordnerstruktur angelegt wird, in der man ganz gut arbeiten kann. Und die auch in der IEC 61131 so vorgeschlagen wird. Und zudem gibt es dann auch schon ein Main-Programm, das man direkt starten kann. So, auch diesem SPS-Projekt muss man einen Namen geben. Und hier wähle ich First PLC Project. Und das Ganze bestätigt ihr dann eben mit hinzufügen. Sodass das Anlegen dann erfolgreich war, seht ihr dann daran, dass sich die Ordnerstruktur im Projekt Mapen Explorer erweitert hat. Unter SPS findet ihr also euer neues SPS-Projekt mit verschiedenen Ordnern. Auf die ich aber hier nicht, sondern in späteren Videos etwas genauer eingehen werde. Für den Moment schauen wir nur in den Ordner POUs. POU steht für Program Organization Unit, also auf Deutsch Programm Organisationseinheit. Diese POUs können Funktionsbausteine, Funktionen oder Programme sein. Also vereinfacht ausgedrückt ist das der ausführbare Programmcode, der hier liegt. So, und wenn wir diesen Ordner also aufmachen, finden wir darin schon das Main-Programm. So, weiter unten in dieser Ordnerstruktur seht ihr noch einen Eintrag, nämlich PLC Task. Und wenn ihr diesen Eintrag auch ausklappt, seht ihr hier nochmal das Main-Programm. Das bedeutet also, dass das Programm Main mit der PLC Task verknüpft ist. Und dieses Programm hier also mit der voreingestellten Zykluszeit immer wieder ausgeführt wird. Das Main-Programm ist also sozusagen der Einstiegspunkt in unser SPS-Programm, das wir gleich schreiben werden. So, jetzt öffnen wir das Main-Programm also mit einem Doppelklick hier. Und damit öffnet sich dann auch der Editor, in dem der Quellcode des Programms hier in der Sprache ST, also strukturierter Text, bearbeitet wird. Der ist aufgeteilt erstmal in zwei Bereiche. Oben seht ihr den Deklarationsbereich, in dem Variablen bzw. Objekte, die in diesem Programm verwendet werden sollen, deklariert werden. Und unten seht ihr dann den Anweisungsteil. Und hier wird der Algorithmus implementiert, der in dem Main-Programm abgearbeitet werden soll. Also letztendlich steht hier unten einfach das Programm und oben stehen die Deklarationen der Variablen. Uns geht es hier jetzt nicht darum, die ersten aufwendigen Programme zu schreiben, sondern hauptsächlich einmal erstmal die Entwicklungsumgebung kennenzulernen. Und deswegen schreibe ich hier erstmal ein ganz einfaches Programm. Dazu deklariere ich drei Variablen vom Typ bool. Bool-Variablen haben nur den Wertebereich true und false bzw. 1 oder 0, können also nur zwei Werte annehmen. So, das Deklarieren dieser Variablen mache ich also dadurch, indem ich die Namen der Variablen notiere, und zwar innerhalb dieser war-entwar-Umgebung. Und wenn man mehrere Variablen vom gleichen Datentyp deklariert, kann man die Bezeichner auch durch ein Komma getrennt hinschreiben. So, und dann gibt man hinter diesen Bezeichnern, mit einem Doppelpunkt getrennt, den Datentyp an, und das ist eben hier bool. So, Achtung, in st gibt es keine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung. Wenn ich also eine zweite Variable b in 1, alles großgeschrieben, deklarieren würde, gibt es einen Fehler, weil es den Bezeichner eben schon gibt. So, jetzt haben wir also drei Variablen deklariert, die wir also in unserem Programm verwenden können, und in dem Programm soll der Variablen b out einfach die logische Unverknüpfung von b in 1 und b in 2 zugewiesen werden. Der Zuweisungsoperator ist hier das Doppelpunkt gleich, und die logische Unverknüpfung wird über das Schlüsselwort end realisiert hier. Einen einzeiligen Kommentar macht man mit zwei hintereinandergestellten Schrägstrichen. Es gibt auch mehrzeiligen Kommentar. Der wird aufgemacht mit Klammer auf Sternchen und zugemacht mit Sternchen, Klammer zu. Okay, so damit ist unser Programm jetzt erst einmal fertig. Das soll ja nicht so besonders viel machen. Und das Programm können wir jetzt kompilieren. Dazu klicken wir hier oben auf den Button mit diesen Bausteinen und dem Pfeil runter. Das bedeutet Konfiguration aktivieren und ist eben so etwas wie kompilieren. Wenn ihr diese Leiste nicht habt, klickt ihr hier oben einfach in den freien Bereich mit dem Rechtsklick. Und in dem Dropdown-Menü hier könnt ihr also verschiedene Menüleisten noch aktivieren. Die, die wir hier für die SPS-Programmierung erstmal brauchen, ist TwinCat SPS und TwinCat XIA Base. So, dann aktiviere ich also die Konfiguration. So, wenn ihr das erste Mal den Button Konfiguration aktivieren drückt, kann es sein, dass ihr noch nach einem Lizenzschlüssel gefragt werdet. Eine 7-Tage-Testlizenz könnt ihr euch selber generieren, indem ihr einfach die Zeichenkette abtippt, die ja also dargestellt ist. Und dann könnt ihr TwinCat erstmal in vollem Umfang für 7 Tage verwenden. Und nach diesen 7 Tagen muss man dann aber nichts kaufen, sondern dann kann man sich einfach erneut auf dieselbe Weise eine weitere 7-Tage-Testlizenz erstellen. Und das geht immer so weiter. Für Entwicklungszwecke ist das also überhaupt kein Problem. Da kann man einfach von Zeit zu Zeit sich wieder einen Schlüssel abtippen und sich selber eine neue Lizenz generieren. Bei Produktivsystemen wäre das aber ein großer Mist, weil die Anlage dann ja alle 7 Tage stehen bleiben würde. Dann werden also erst Lizenzkosten fällig. So, unterm Strich heißt das für euch aber einfach, SPS programmieren ist hier erstmal kostenlos. Dann werde ich gefragt, ob TwinCat im Run-Modus starten soll. Es gibt also in TwinCat zwei Modi, einmal den Config-Mode. Das ist der Modus, in dem wir gerade sozusagen die SPS konfiguriert haben. Und der Run-Mode, in dem man dann also die SPS laufen lassen kann und das Programm auch lokal ausführen kann. So, der Run-Modus ist jetzt also gestartet. Das seht ihr hier unten an diesem Icon, das grün dargestellt ist mit dem Zahnrad, das also in einem Kreis läuft. Noch sind wir nicht in die SPS eingeloggt. Dazu müssen wir hier auf diesen grünen Pfeil klicken, der also in diesen grünen Kasten läuft. Dann werden wir gefragt, ob wir die Applikation herunterladen wollen. Und das ist ja genau das. Wir wollen also das Programm, das wir erstellt haben, in die SPS laden. Das bestätigen wir also mit Yes. So, und um die SPS zu starten, klicken wir hier nochmal auf diesen Play-Button. Und dann läuft die SPS. Noch sehen wir hier erstmal nichts, weil alle Variablen erstmal den Wert False zugewiesen bekommen haben. Aber das können wir ändern. Also wir können hier oben in dieser Leiste vorbereitete Werte verändern und die dann in die SPS schreiben. Also zum Beispiel können wir hier den Wert von B in 1 auf True setzen. Um den in die SPS zu schreiben, klicken wir hier auf diesen Button Werte schreiben. Jetzt sehen wir hier unten in dem Fenster, dass B in 1 tatsächlich auf True gesetzt ist. B in 2 ist noch auf False. Bei der logischen Unverknüpfung ist es ja eben so, dass die Zuweisung nur dann True ist, wenn also beide Eingangsvariablen, also B in 1 und B in 2 beide auf True sind. Das machen wir jetzt mal. Und dann sehen wir jetzt, dass hier auch die Ausgangsvariable auf True gesetzt ist. Okay, so wenn ihr euch wieder ausloggen wollt aus der SPS, dann klickt ihr hier auf diesen roten Pfeil, der also aus diesem roten Kasten herausgeht. Und dann seid ihr wieder ausgeloggt und könnt jetzt auch den SPS-Code hier wieder bearbeiten und verändern.